Oh, der Pader hat schon die dezente Überlänge. Hoppala! Na gut, vielleicht cutte ich das irgendwie anders. Oh, ist einfach ein Blumen. Das ist ja echt wie er aussieht. Ich glaube, er hat wirklich schon was drin. Ach, die Musik kann man doch auch, die hier spielt. Ja. Kennt man! Ach, hier die Drecksmumie wieder. Ist das einfach Untergrundfilm? Ja, so ein bisschen abgeahnt, ja. 愛geleug without such a Bader. No. Jetzt gehe ich meinem kurz vor, ok. an den besten darf da ist die ich hole mal mein gott ich da finde ich verstecke und denke mir so nice doch ein secret exon ist nun worden ab erst mal rein jetzt aber wir brauchen das mikro das finde ich jetzt mal nicht mal lecker aber was jetzt ist ja schlecht wahrscheinlich den ganzen scheiß probieren weißt du was nachher ist der blume der wahre endboss muss ich mich so mit so einem trompetenblumen wahrscheinlich zusammen fusioniert es macht ja die ganze scheiße aber ich glaube ich glaube ich komme mal hier muss man schnell sein kurz warten bis er weg geht schön dass die hier spaß auf die wirklich schlechter von aua danke fürs weg machen das war nicht die blume drin war stimmt ja noch gar nicht nach kann man noch mal zurück nicht ich glaube ich würde sie nicht so schön zu und ab 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 hier bewegt sie mich noch nichts ok nein ja woher soll man das noch wissen was kommt der gegner für die nacht ist wo wir somit ist auch wissen dass man da jetzt nicht so noch wie rein kann was ist scheiß kommt auch nie wieder kommen nicht trotzdem moment es ist ja wieder da wir müssen einfach nur weit zurück gehen dann kommt er wieder da und jetzt auf den drauf sehr schön da sieben ob du mal es soll nicht damit abhauen jetzt was kommt jetzt was so da geht es noch mal weiter hier ich komme gerade nicht mal hinterher da ist sie sagen dann kommen wir hoch ist ein interessantes level aber ich finde tatsächlich das wunderlevel wo durch zum schleim wurde es gerade besser das wäre wie lustiger bei moment mal hier das willst du da bist du ja enorm du hast den echten aus den gleich beim ersten besuch entdeckt wird selbst ich verlaufe mich da oft du hast also den weg gefunden gut letztendlich direkt voraus oder für mich weil das ein dieser wappel habe ich hier vor kurzem meine gefunden die gerne ja toll wohnappels wollte ich schon immer haben und habe ich sie werde ja auch gar nicht so groß auch hier in arena fungi arena wird kriegen werden oder muss werden muss der mir durch licht dann müssen wir mit lampen arbeiten keine ahnung machen machen wir was so will schon irgendwie gut gehen ich bin dick siele verdient ja sehr schön gut gemacht also das ist ein neues team arbeit ich habe noch mit lampe aktiviert und du hast noch mal schön die hier zu dir gezogen so mit den gefahren müsste ich auch eigentlich mit einem schlag hier komplett rausreißen für gerade mein lief bei mir gerade richtig gut aber ich muss noch die gegner besiegen würde ich ja die anderen war da ganz rechts schnell geht 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 rein da ja schön baller die weg dann macht doch stammattacke man tut gut gemacht hause jetzt hast du aber mehr die gegner getötet das kann man ja ruhig mal machen so arena mode das sieht ja das ist ja noch ok die kraft des armens ok und ein gift ruinen schwierig als ganz schwer das sieht ja schon jetzt lustig aus da hat mir lustig ich glaube müssen wir ist es wie so ein schnelles level was wäre denn ich kann die gar nicht genug von der hilfe danken wir haben es nach unten geschafft hoffentlich geht es den anderen gut wir sollten jetzt vorsichtig sein das hier sind die letzten ruinen und es könnte ziemlich gefährlich werden ich traue mir dies viel nicht wenn man vor die kommt jetzt die gruppe ist alle verlieren zu fliegen oder warum sinken die so ab wie so zu dicke frühstück wieder musiklevel die kommende seiten sind über bluten gewesen das gesehen ja okay nur noch mal also jetzt steigt schon sehr gut dann lassen wir es das ja dann ja 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 das ist gleich mit der blase auch geschieht vielleicht mal mit uns haben wir sind noch ein bisschen weiter jetzt uns verarschen ob es ich will das manchmal gar nicht mancher wandsprung obwohl ich das gar nicht will danke also also super gemacht diese blöcke stoßen sich manchmal bewusst nicht gehört was durchgrößer du bist du etwas schon ja da geht es nur weiter anscheinend 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 geht es doch wie weiter gar kein ding sie das wirst du wieder wo du begonnen wirst wir damit begonnen hat aber die erfahrung sagt mir dass eines den gift und noch einen anderen ausgibt vielleicht könnte dir hier das führer abzeichen das die gegeben haben wird sich sein und noch was ich habe diesen wort ja scheiße wir können das führer abzeichen mal gern versuchen mal probieren das führer abzeichen ist die nur items und 10er münzen warum denn ding ich habe eigentlich auch andere sachen na gut haben wir jetzt überhaupt noch schon irgendwie münzen eingesammelt überhaupt zwei stück das führer abzeichen ist eigentlich bemerkbar das ist ja auch viel zu sehen ja ja weil ich auch gott ja das sind ja auch viel zu sehen ich habe mich gerade ein bisschen wie jetzt in das führer bezeichnen überhaupt ich weiß es nicht hier muss es sich ja bemerkbar machen was auf der schießt ja kommer sorry du bist gerade perfekt gelandet so bisher hat sich das blöbste ich noch gar nicht bemerkbar gemacht ich glaube da ja auch nicht ich wusste doch der blog kommt mir die bürze vor das ist du jetzt verschuldet wir müssen ja einfach mit ruhe reingehen ich bin jetzt noch gewohnt dass man den schessel noch eigentlich immer zeitdruck als ob ich meine stammattacke nicht die gegner weg machen kann ja die heutigen das würde irgendwie deine aussage besprechen ich sage die heute generation hat es eilig du hast ja auch gerade eigentlich mit dem zeit generell das ist ein bisschen schlechter verwegen bitte da muss man aufpassen nicht zerquetscht zu werden ja was hältst du das auf mich hase guck mal hier sind wir doch da wo wir gerade angefangen haben und jetzt nicht dann und bist du so wirklich ein süßer pinker schleim was geht gleich zum teufel das schlägt irgendwie aus nein jetzt ist mir was man jetzt kommen sich ran und jetzt ja schön dass mich anrund davon sterben danke ich hasse dass man mit der kamera was ist jetzt doch so machen die ganze doch den ding ist nicht ein timer nicht sehe ich davon aus ist gar nicht an jetzt reichen wir das level aber auch obwohl ich gestehen muss dass ich diese schleim verwandung finde ich ganz cool diese kleine schleim die das dann wirklich die welt wenn du kannst ich mag das waren für die verwandlungen niedlich die idee ist ganz cool mit der schleim verwandlung das habe ich langsam mal unten jetzt ankommen ja gucken ja das haben wir das haben wir auch gut da fehlt ja ein dings und sonst bisher scheint gut zu sein pappel ins not rück den königssamen raus ja ja danke das war eine kurze passage was wir haben nach einem königsamt für dich gesucht plätsforia schießen wollen wir euch auch helfen und wir haben einen gefunden er soll euch helfen diesen kehrlos werden und der uns nichts als unheil bringt bei euch seid so tief die mini abgestiegen nur mit zu helfen ich bin so dankbar dass sie einen für uns gefunden haben den nehme ich gerne an anscheinend fünfte welt auch kein boss wenn ich den wacke dann wieso wirst du dann im furchtig furchtig alles gut an alle miteinander gehen wir nach hause und so bewahrte todette und prinz florian alle die fungimine vor einem schrecklichen schicksal nun da sie den fünften königsamen der hand halten gibt es nur noch einen den ihr erfährt dieser letzte königsamt soll zwischen den lavatümpeln und dem magmativen zu finden sein viel glück plätsforian und viel glück totette ihr müsst euch diese herausforderung stellen rettet das blumenkönigreich und diese ganze welt voll baus aus finsteren plänen klappe machst du weiter ja war du so weiter ich rufe dich da raus nerviges musting da kommt jetzt müsste ich noch eine meldung jetzt angekommen wie du hast alles gefunden ja das ist ein glück und jetzt zurück dabei geht es stein nach oben also knackt vielleicht in deinen ohren das kenne ich eigentlich nur von links von flugzeugen ich kenne das auch nur wenn sie vorwärts am land ich habe tatsächlich mehr probleme wenn es gerade am landen ist das ist mir dann so lange ich bin geflogen ich weiß es echt nicht mehr wie es bei mir war es immer bei der landung ich fand ich mal am unangenehmsten das abheben alles kein ding so dann mach dich mal nach arbeit hase puh eigentlich müsste browser jetzt mal langsam irgendwas wirklich machen ich meine wir werden nur noch eine von seinen piranje wolken wo sie sind da macht nix außer zwei luftschiffe schicken und grimmig gucken von wegen so scheiße und da war es noch eins die poplänze in der mine haben uns wirklich geholfen wird von ihnen doch wir können jetzt nicht aufhören weil wir uns damit wir den nächsten letzten finden so den nächsten ich denke den letzten wat denn nur entscheiden sie macht dann scheinbar nix für den ist es auch so ihr ist fein da kommen lassen ich würde noch sagen da gibt es noch ein paar das arena hier ist langsam ein bisschen dunkel weil wir direkt bei gebrauchter sind was das schwebe peru hat so unkanz was ist das mal abzeichen ist das mir so ist das so ähnlich dieses fliegen wie in mario 64 auf diese blumen gegner aufgesprungen ist abzeichen test drücke er eine luft etwas höher hinaus zu schweben ach so noch mal so das ist einfach ein doppelwirbelsprung du kriegst das irgendwie besser als ich gemacht schatzi da ist aber die links gold hause bist du gut was toll gemacht da wie versuchen wir zu dir super ok die sprung für jetzt ein bisschen naja also ich weiß nicht ist nett aber ich weiß jetzt nicht ob ich das zu dem level häufig spielen würde da vielleicht doch er die ranke sehr schön ja ich würde sagen wir machen noch ein level und dann ist der papa beendet wir haben alle rote medalien jetzt mittlerweile so dass noch mal turbo ja gerne piranha pflanzen da kann nur gut werden hop 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 das macht ihr das schon wieder spiele das ist bb auch und guckt auch gerade schon richtig genärt im hintergrund kannst du gebause sehen ja guck auf richtig knuffing singen ja auch so eine blume ich wollte nicht drüber springen ja denn der sprung hat nicht für die geklappt die haben wir ja müssen wir mal gucken die blume kommen durch wie man die blume Toll, Münzen. Ja. Bisschen China-Later. Warte mal, welche Münze war es denn eigentlich? Die zweite sogar schon, die ja gleich am Anfang war. Ähm. Achso, warte mal, bleib. Ne. Hä? Jetzt bin ich irgendwie verwirrt. Ich auch. Ah, Moment, ich habe vielleicht eine Idee. Ich hoffe jetzt, dass es ein richtiger Ansatz ist. Okay. Da oben ist, siehst du, da ist aber auch nur Körper. Ja. Okay. War ein Versuch wert. Kommt da noch eine? Ich will mal lieber noch einen nehmen. Ah, okay, also. Warte mal, geht es da hin? Ja toll, was ist denn jetzt besser? Ja. Ja, keine Ahnung. So will ich... Komm mal da wieder da raus, da vorne, hab ich jetzt gesagt? Ja. Ja. Power-Sterne. Jetzt wahrscheinlich wie da, wo ich eigentlich erst aktiviert habe. Ich will das wohl wahrscheinlich denn eigentlich holen sollen. Zum Glück reicht es ja, wenn ich dich berühre, dass du es dann auch bekommst. Hier ist Checkpoint. Aua. Aua. Wie kannst du töten? Komm mal zurück, bitte. Das ist ein Stück noch. Ich muss auch nicht runterfallen. Das ist ja nix oder was? Ich guck mal kurz. Du bleibst da, ne? Das ist nix gut. Warte das mit. So. Okay. Okay. Ah. Du kannst überlaufen. Vorsicht. Oh, die leuchtet im Mini. Reinkommen wir aber nicht. Und dann... Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh Gott, der sieht irgendwie gruselig aus. Ja. Was willst du von uns? Geh weg. Die pflanzen nicht mal, aber das Vieh sieht einfach gruselig aus. Mit den kleinen Beinchen da. Ja, gib mir so ein bisschen Lumbo-Vibes. Ja, schon so ein bisschen. Ja, aber wieso bin ich da runterkommen? Ich hab keinen Mund, du. Scheiße. Im Hintergrund bewegt sich auch noch... Alter, ich bin komplett über den Fachkrab mit allem. Scheiße. Äh... Ich hab keine Ahnung, gerade was... Bin ich da? Ach so, da. Äh... Äh... Gut, da sagt mir, du Hase. Au. Ey, das ist doch hier gerade strange. Ach, ich komme nicht mal mit. Ganz im Ernst, das war jetzt mir ein bisschen zu. Es tut mir leid. Das war mir jetzt gerade ein bisschen zu cool, Muddel. Tom, wie soll ich jetzt hin kommen? Unfair. Ja, macht... Macht Put. Sehr gut, Hase. Und da oben? Warte... Ich hole mal den Power-Block. Also das Level ist irgendwie... cool und gleichzeitig aber auch ein bisschen... echt strange. Wie kann man so was bringen? Wie kann man so was bringen? Toll, nur eine kacken Münze. Oh, das Level ist komisch. Oh, warum ist hier... Warum ist hier... Warum ist hier... Ich hab keinen Plan. Ist egal. Ja, toll. Du bist doch quasi auf der Stange. Naja, wenigstens noch zu sehen. Also es sind viele Wundereffekte, die finde ich cool. Aber es sind viele Wundereffekte, wo ich absolut frage... Was ist das? Und bei dem Level war echt super schön. Was war das jetzt? Das war ein bisschen so... Ich bin auf nichts mehr klargekommen. Nee. Na gut, meine Lieben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Welt 5 ist abgeschossen. Wir haben sogar eine Münze übersehen. Ja. Okay, dann müssen wir noch was im nächsten Mal zu tun ist. Das darf ich nochmal machen. Also, meine Lieben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bis dennne. Ciao.